Erste Chance gehört dem Gegner Messi. Messi, Messi, Messi. Zieht wahrscheinlich nochmal nach unten oder passt einfach. Was geht denn hier ab? GG Gegner. Er wusste absolut nicht, was er dagegen machen soll. Hoppa. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, Rivalry, direkt mit Traumtor am Start, Junge. Erstes Tor, let's go. Ja, ja. Zunächst mal wieder ein Eins-Knopf, ey. Jetzt geht der mal raus, der ist locker. Aber ich find's krass. Der Gegner kann nichts. Flankt jetzt zweimal. So. Walkout. Blau. Brasilien? Z-O-M? Pa... Alter. Alter, ich brech zack. Alter, was ist das? Ich kann den verkaufen! Ja! Das zweite Mal! Messi! Sie kann ich mir jetzt leisten. Ja! 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 Nein! Nein! Ich muss nicht sagen, oder? Muss ich was er sagen? Wo er... Er passt. Macht einen Doppelpass wieder mit meinen Spielern. Wieder mit meinen fucking Spielern! Mann! Er spielt einfach zu meinen Spielern und kriegt den Ball sofort zurück! Weil's Ping-Pong ist! Und nicht FIFA! Es ist Ping-Pong 19! Warte. Alles klar. Ich gewinne noch ein bisschen den Franz, ey. Der Franz geht richtig abgeraden. Ah, da ist ich... Ich war im... Ich war im Playstation-Menü! Ha, 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 ha! FIFA-Deutsch sein. Ha, 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 ha! Was ein Tor, ey! Nein, Mann! Nein, Mann! Nein, Mann! Who's a real nigga and who ain't one, please? Somebody stop me. I got the last in five days and it's my shit. Soon as a nigga hit the stage, they gon' ask if I can play this shit bad. I ain't the fuck. They want it back to back. They gon' ask if I can play this shit bad. Yeah. Oh mein Gott! Bro, du bist... Oh mein Gott, du bist das Schlechteste, was jemand FIFA gespielt hat! Oh mein Gott! Wahoophaha I see you go. Geilstes Tor der Welt. Das wollte ich bei dem Stream auch schon immer mal sagen. Bitte klippen. Oh mein Gott. Klipp das, bitte. Besiktas, nur eine Sache, bitte. Rot. Alter, ich guck dir das mal anziehen, du kannst direkt den hinten Kipp erstellen. Hä? Ey, nee, Digger. Das ist kein Behindertensport hier. Brandt, gib dir noch mal in die Mitte. Ey, was geht denn hier ab? Alle am Stolpern und Fallen, Quagliarella mit dem Lupfer jetzt. Nein! Brandt, was macht der? Wieder. Walkout? Blau? Ach Gott, was ist das? Was? 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 Verkaufbar? Was? Was? Jetzt ruhig! Mann, die zweiten Bälle, Jungs! Was haben wir denn hier besprochen beim Abschlusstraining? Zweite Bälle, das sind die wichtigen! Stellt euch ehrlich vor, ihr habt Kleens mal als Trainer und hört die ganze Zeit sowas zu. Was? Hast du das? Was? Boah! Na paulation! Wie? Ma? Bis zum nächsten Mal.